Die Antenne Schlüsseljagd. Yeah, einfach geil. Ich will natürlich das Auto gewinnen, ist eh ganz klar. Ja, ein neues Auto brauchen wir immer. Voll spannend, das Herz klopft. Eingeschmissen und bin gezogen worden. Ja, perfekt, perfekt, besser kann man sich das natürlich wünschen, oder? Zuerst ein Freund und dann noch eh auch das Ticket. Jetzt wollen wir nur noch das Auto haben. Wir wollen es haben, weil es cool ist. Es ist, ja, der Tag, von dem wir seit drei Wochen sprechen. Drei Wochen waren wir auf Tour, drei Wochen waren wir in ganz Kärnten unterwegs. Drei Wochen haben wir knapp 60 Tourstops gemacht mit unserem Opel Crossland X. Jetzt ist es soweit. Der erste Name, der jetzt dann aufgerufen wird, kommt bitte gleich zu uns auf die Bühne. Silviano Orgel! Silvia Krall! Wow! Ebenfalls mit dabei im großen Finale rund um den Opel Crossland X ist der Josef Feidl! Silviano Orgel! So! Weg zur Bühne! Möglicherweise bald der Weg zum Auto? Ja, kann leicht möglich sein! Welchen Schlüssel nehmen wir? Jetzt geht's ans Eingemachte! Auch der Josef hat seinen Schlüssel! So! Wo? Nein! Ah! Drinnen ist auch mal der Schlüssel! Geht was? Na! Wir schauen! Schlüssel! Rein! Rechts! Links! Das Auto ist offen! Das ist der Gewinner! Da jubeln alle mit! Die Frau, die Tochter, wen haben wir denn da? Alle wollen mit dem neuen Auto fahren! Und so sieht der Gewinner aus! Antenne! Immer eine Nate voraus! Jetzt voraus!